Wir stehen hier vor dem Bundeskanzleramt in Berlin, wo Alexis Tsipras, der Chef der griechischen Regierung, zu Besuch ist bei Angela Merkel. Wir sind der Meinung, es ist richtig, dass die europäische Krise anders gelöst werden muss. Die Reichen müssen zur Kasse gebeten werden, Privatisierungen müssen gestoppt werden, damit das Öffentliche nicht ausverkauft wird. Wir meinen, es ist richtig, dass die Armen geschützt und unterstützt werden müssen. Und deshalb sind wir solidarisch mit der griechischen Bevölkerung und mit ihrer Regierung. Und wir sind der Meinung, dass die Hetze von Bild-Zeitungen und Unionspolitikern endlich aufhören muss. Griechenland, die griechische Bevölkerung, hat Solidarität verdient.